Guten Morgen miteinander. Das ist ein Gruess an alle, die Alltag zum Morgen nehmen und das sollte ja eigentlich jeder. Und bei GOP da findet sie ja wirklich alles, was es für ein nahrhaftes Morgen braucht. Zum Beispiel, ah ja, haben sie heute Morgen ihre Ofen schon gehabt? Sie wissen ja, Ofenmaltine hat wertvolle Nähr- und Aufbaustoffe, um mehr leisten zu können. Und bei mir ist jeden Morgen Milchtag. Denn in einem halben Liter Vollmilch, pasteurisierte von GOP, sind die Hälfte der Nährstoffe, die man für einen Tag braucht. Und zu einer wertschafften Brünnstag gehört natürlich auch einen Schweizer Käse. Zum Beispiel einen echten Apiceller Käse von GOP in 1A Qualität. Und für ein echtes Café complet gehört folgendes dazu. Bonjour Pflanzenmargarine mit 10% Butter. Und die fruchtige Midi-Confit, die es bei GOP in 20 verschiedenen Sorten gibt. Die Midi-Confitüren von GOP sind von erstklassiger Qualität, weil es viele Früchte und zwar natürlich frische Früchte drin hat. Je nach Saison direkt von der Ernte oder eine ganz frisch tiefgekühlte. Darum ist die Midi-Confit so gut wie selber gemacht und sie streichen mit Midi garantiert die fruchtigste Confit aufs Brot. Zu so einer fruchtigen Midi-Confitüren gehört natürlich ein gutes Brot. Und das finden Sie bei GOP täglich, ofenfrisch und in einer grossen Auswahl. Der Herr Pulver, einer der GOP-Bäckermeister, hat uns die neuste Brotspezialität von GOP mitgebracht. Guten Abend. Herr Pulver, wie macht das GOP-Bäckermeister eigentlich, dass sie uns immer wieder so neue Brotsorten offerieren können? GOP hat eine Versuchsbäckerei, die neue Brotsorten ausprobiert werden. Meistens nach alten, überlieferten Rezepten. Ja und wir haben uns mit der Kamera in dieser GOP-Versuchsbäckerei gerade ein bisschen herumgeschaut. Hier zeigt sich das handwerkliche Geschick beim Formen von Spezialbrot. Das gibt gerade die beliebten Bauernbrot. Hier werden die Bauernbrote vorbereitet und eingeschnitten. Das gibt die schöne Zeichnung. Und jetzt ab in den Ofen. Das ist das Einschiessen, wie wir sagen. Und so findet ihr das Spezialbrot jeden Morgen frisch in eurem GOP-Bladen. Und Sie, Herr Pulver, Sie haben uns die neuste Brotsorte von GOP-Bäckermeister mitgebracht, oder? Ja, das ist das neue Milchbaudenbrot. Schaut mal, wie knusprig und luftig das ist. Dank dem Zusatz von Milch hat das neue GOP-Milchbaudenbrot einen delikaten, feinen Geschmack. Danke, Herr Pulver. Sie sehen, GOP bringt immer wieder neue, wertvolle Brotsorten. Und, denken Sie daran, GOP-Bad ist Brot vom Beck. So, das wäre es gewesen für heute. Bis zum nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Guten Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP 500 Gramm ausländischer Bienenhonig im Glas statt 2,70 nur 2,20. Und 500 Gramm ausländischer Waldhonig statt 3,50 nur 2,90. Und als aktueller Preisschlager die drei grünen Pflanzen. Der Croton Norma für 14,50. Der Yucca mit zwei Trieb nur 15,50. Und Nephrolepis nur 9,50. Zwei Darmeslip für nur 3,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Fünf Kilo Multiniaxa im Jumbo Pack statt 16,50 nur 13,90. Vier Kilo Trommel Persil statt 13,90 nur 11,50. Drei Liter Gewäbverrädeln Farmers Best grüne Apfel statt 5,90 nur 4,50. Und ein Kilo Trauben Uva Italia für nur 1,90. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Vier Kilo Trommel Untertitelung des ZDF, 2020